Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Drift- oder Rennlenkrad auf euer G27 montieren könnt. Also bleibt dran! Ja, als erstes müssen wir natürlich mit einem Inbusschlüssel die sechs Schrauben lösen. Und ich kann euch sagen, ihr könnt euch auf was gefasst machen. Es wird ein bisschen ein fummeliges Stück Arbeit, aber zusammen kriegen wir das hin. Es ist schlussendlich nicht wirklich viel Arbeit, circa, keine Ahnung, 20 Minuten und das Ding ist ersetzt. Als nächstes müssen wir die Kabel hinter dem Lenkrad von den Knöpfen entfernen und Vorsicht, nicht zu fest am Lenkrad ziehen. Am besten könnt ihr das entfernen, indem ihr mit einem ganz kleinen Schraubenzieher auf der Seite reindrückt. Und so immer abwechselnd links, rechts den Stecker immer ein Stückchen weiter rausschiebt. Und ja, so klappt das eigentlich ganz gut. Wenn wir das dann geschafft haben, müssen wir kleine Plastikdinger, je nach Lenkrad, was ihr für ein neues Lenkrad habt, müsst ihr die ein bisschen bearbeiten, weil die haben hinten so kleine Noppelnippel, wie man das nennen will, dran. Und je nach Lenkrad muss man die abknipsen mit einer kleinen Zange. Ist eigentlich kein Problem, aber ansonsten bringt man das nicht um das Lenkrad und kann die Schrauben nicht reindrehen. Und dann zum Schluss noch, damit das Ganze ein bisschen nach etwas ausschaut, mit der Nagelfeile hier noch ein bisschen nachschleifen. Und dann passt das Ganze eigentlich ganz geil. Und passt. Wunderbar. So, dann könnt ihr die Finger wieder heranschrauben. Müsst ein bisschen gucken. Nicht zu fest anziehen, wenn es nicht ganz schliesst oder nicht ganz passt. Nicht, dass etwas abbricht. Das wäre ziemlich scheiße. Also ein bisschen vorsichtig, ein bisschen oben schrauben, unten schrauben, ein bisschen gucken. Und einfach nicht zu fest anziehen. Es braucht ein ganz kleiner Schraubenzieher übrigens für die Schrauben. Und ja, ansonsten funktioniert das eigentlich ganz gut. Meine hier ist natürlich Schrott und ist auseinandergefallen. Aber naja. So, nachdem wir das geschafft haben, mal kurz gucken, passt alles, sieht gut aus. Dann können wir das Ganze wieder einstecken. Natürlich rechten Schalter in den rechten Stecker und die linken Schalter in den linken Stecker. Und es kann schon sein, dass es extrem knapp wird mit dem Platz, mit dem Kabel. Die sind nicht wirklich lang. Und je nachdem, was ihr für ein Lenkrad habt, kann es schon ein bisschen knapp werden. Ich hatte hier wirklich noch etwa 5 cm Kabel. Und ja, war ein bisschen schwierig, das Ganze zu montieren. Aber ging schlussendlich mit Hilfe einer Zange. Und ja, eigentlich kein Problem. So, wenn die Kabel dann eingesteckt sind, nehmen wir die Schrauben, die vom G27, die Original-Schrauben, und schrauben die Platte fest. Was ich jetzt hier nicht auf Video habe, ganz wichtig bei dem Adapter, war ein kleiner Gummiring. Den kleinen Gummiring gehört über das obere Loch, da wo die LED-Anzeige ist. Einfach da rüber stülpen, damit die Anzeige nicht flattert. Rüber stülpen, Platte drauf und dann Schraube durch. Und die Schrauben, wie gesagt, vom G27 verwenden. Und dann passt das. Ist ein bisschen scheiße zu montieren. Ihr müsst die Schaltung und das Lenkrad und alles halten. und gucken, dass das Kabel nicht zu fest spannt. Und, und, und. Ist ein bisschen scheiße, aber geht eigentlich ganz gut. So, wenn ihr das denn geschafft habt, nehmt hier die Schrauben, die beim Adapter dabei waren, und dreht mal im Lenkrad die oberste rein. Einfach mal so ein bisschen reindrehen. Und dann die unterste. Und natürlich dann die anderen. Und wichtig ist, beim Anziehen, über Kreuz anziehen. Das heisst, zuerst oben, dann unten, dann rechts oben, links unten, äh, links oben, rechts unten. Okay, das ging jedem zu schnell. Haha. Oben unten, rechts oben, links unten, links oben, rechts unten. So. Wahrscheinlich habe ich es im Video selbst falsch gemacht, aber eigentlich so wäre es richtig, damit auch alles, ähm, passt. Also, dass alles richtig angezogen wird, nicht irgendwie das Lenkrad dann schlussendlich schief montiert wird. Wie gesagt, die Schrauben, die beim Adapter mitgeliefert wurden, hier verwenden. Und, ja. Dann das Ganze festschrauben. Und dann haben wir es eigentlich schon fast geschafft. So, wenn wir dann alle schrauben, festgezogen haben, dann passt das Ganze. Und ich sage euch, Leute, es macht einfach nur Fun. Es macht einfach nur Fun. Das Teil ist extrem geil zu driften. Und, ja. Ich denke, ihr werdet auf meinem Channel noch ein paar Videos sehen. Ein paar Drift-Videos. Und, wenn euch das Tutorial geholfen hat, gebt mir mal einen Daumen nach oben. Ansonsten guckt... Pfff. Haha. Ansonsten guckt auf meinen Kanal. Und, ja. Wenn euch was gefällt, dann abonniert mich. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch viel Glück und viel Erfolg beim Basteln. Bis dann. Ciao. Ach ja. Die Dinge habe ich von Ebay bestellt. Aus England. Okay. Tschö. 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 Tschö.